Ich habe mich hier in einem Arbeiter gesagt, dass die Leute das geben, weil man ein Sterbümer ist. Man hat gesagt, das hätte ich auch sehr gerne. Aber sie haben gesagt, dass man nicht mehr spielen muss. Aus den Büchern. Aus den Büchern. Hä? Ihr seht hier die Gäste. Der Hundebücher will den Schiff auffottern, um zu spielen. Der Hundebücher hat sich noch nie gesehen. Und die hat gerade zu spielen. Halt mich. 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 Ja, du wachst, du wachst!